Ja, warum sind wir hier? Liebe Nachbarin, liebe Mieterin, liebe Touristinnen in dieser Stadt, wir sind heute hier, weil wir die Frage stellen, wem gehört Berlin? Und die haben ja schon beantwortet, uns gehört Berlin! Und wir haben heute eine Demo organisiert von fast 30 Initiativen, die zu Einzelaspekten in dieser Stadt kämpfen, ob die Verhinderung der Autobahn, ob die Freihaltung des Tempelhofer Feldes oder die Rekommunalisierung von Wohnungen, die mal im städtischen Besitz waren, oder auch das Besetzen von Häusern, die Blockade bei Zwangsräumungen. Wir haben uns vereinigt, wir sind zusammengekommen, wir haben diese Demo organisiert und das ist erst der Anfang! Soll ich euch das Glotzen sein? Breit euch in die Demo ein! Soll ich euch das Glotzen sein?